So. Haltet die Gusche, ich bin hier, wir müssen den Spaß nämlich nochmal machen, weil ich ja krepiert bin. Beziehungsweise mein PC meinte, aber mit 5 FPS kommt es da auch klar. Das war dann leider nicht so der Fall. Von daher müssen wir halt nochmal kurz hier den Spaß hacken und rausgehen und uns vor den... Ja, klasse. Au. Oh shit. Oh shit. Komm ich auch runter? Wahrscheinlich nicht, doch komm, schaffst du. Das überlebst du. Stimmt nicht. Tut mir leid. Hey, tut mir leid. Ich dachte vielleicht. Vielleicht. Nein, ich war voll unter Stress und dachte mir, hey. Lieber springen als irgendwie erwischt zu werden, ne? Okay, zumindest wissen wir jetzt flott, was wir machen müssen. Scheißwolder. Jetzt seh ich wieder nicht. Ja, ja, ist gut. Freunde der Sonne. Oh, ich seh's nicht. Doch, da ist es. Oh Leute, ich muss da unten ran. Der sieht's net. Alter, ich kack ins Essen. Jung. Da unten ist sowas. Ey, nein. Der hat's aber heute auch nicht. Der Höhe, ja. Schrecklich. Wir kommen an den Leuten vorbei. Ich will keine Polizisten töten. Das wär scheiße. Weil das von unserem Ruf her natürlich dann echt unpraktisch ist. Den Scheiß wollt ihr alle. Warte, gar nicht erst versuchen, Kinders. Ich geh mal über die Treppe rüber. Alter, hier gibt's geile Treppen. So, Kinders, Freunde. Freunde der Sonne. So, Leute, ich komm mal kurz hier. Oh, du! Natürlich fährt er mich an, du Arschkeks. Was für dich? Mach den Scheiß aus, ja. Alles wird gut. Scheiß, was ich tun? Leckerisch am Arsch. Oh, shit. Oh, shit, die Ballung auf mein Auto. Ich geh kaputt. No! Shit. Das ist mir voller Arsch. Aber wenn die Leute sterben, bist du schon. Jung, bist ganz schön arschig. Und wir kicken. Jung! Es tut mir leid, aber du warst echt im Arsch. Ausweg, Kinders, ausweg. Ist gar nichts over. Ihr kriegt mich niemals lebend. Mütter, Leute. Kommt doch. Und ausweg. Oh, dieser Scheiß-Helikopter geht einfach auf die Nüsse. Träum weiter, Alter. Träum weiter. Träum weiter, Freund. Träum weiter. Shit. 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 Sorry. Shit. Dieser strickige... Tut mir leid. Entschuldigung. Na, gute Nacht. Nein. Scheiß werde ich tun. Wie ist der Flitzer? Oh shit. Der Ene ist ganz schön flott dabei. Entschuldigung. Shit. Shit, 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 shit. Shit, shit. Also gut. Ich hab's gleich geschafft. Aber ich hab's gleich geschafft. Wurst es ab? Ich muss nur raus aus dem Kreis. Ja. Ja. Squad, this guy ist weg. Wir werden mit ihm. Oh. Oh. Was soll ich jetzt zu Damien kam? Oh, ich hab ein neues Ding entziehen. Oh, nee, warte, schießendreck. Warte mal. Es sagt meine schlaue Map hier. Schlaue Map sagt gar nicht. Finde ich klasse. Bisher sagt sie nicht. Und dann fahren wir halt shoppen. Wir auch. Ah, jetzt müssen wir. Wir können aber immer noch shoppen fahren. Wir müssen dann hin, hier hin. Okay. Auf. Wir hatten eine sehr unbezügliche Gespräche. Ich habe dich nicht verletzt. Wir haben immer noch zusammengekommen. Ich habe dich so viel verletzt. Schau dich, ein großer Hacker. Ist das du in die News? Die Vigilante? Ist der gay oder was? Ja, also der ist ja komisch drauf, oder? Der ist ein bisschen schräg. Ich glaube, der ist ziemlich geldgeil, kann das sein? Weil die haben ja zusammen quasi Bankkonten. Aber vom Feinsten. Corona-Gelutsch quasi. Was denn da? Verbrecher kann. Oh, Jung! All right. This guy should be close now. Gucke weg, Freund. Alles gut. 22, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 23, 21, 23, 23, 24, 24, 24. I told you not to call the cops, but you did it anyway. You blackmailed. Get lost. Now! Jung, ich krieg dich. Ich krieg dich. Chick. I am going to catch you. Alter, rehm mal schnell. Äh, langsamer. Oh, Freund. Wir jucken schon die Finger aus. Ich krieg dich, Freund. Ich krieg dich. WhatsApp, ich kriege dich. Dreh dich nicht um, also gut. Hatsching! Hoia! Da! Ich hätte immer mit seinem Knüppel rumkacken müssen. Oh, Jesus! Alles ist gut. Verbrecher Erkennungserwett abgeschlossen. Shit! Oh, verbessert. So möcht ich das sagen. Okay. Hä! Die Welt müssen wir noch laufen. Fahren, laufen. Na doch, es geht. Es geht. Was mit ihr? Da muss ich vielleicht nicht mopsen. Entschuldigung. Ich bin so ein Hopster, bist du? Ein aller Hopster bin ich. Wo ist das? Humor, Merk. Entschuldigung. Nehmt Schwimmenunterricht. 24. Verdient aber ist gut für 24. Easy there. Nein, ich will deine Musik nicht. Nein, wir wollen keine Studenten ausrauben. Das ist... Kaufträger. Neues Fahrzeug. Gemops. Ach man, ich wollte dein Auto grad mopsen. Bitch. Schon mal so ein Zebrastreifen gehört? Schrecklich. Was ist sie? Lieferketten an der... Bitte was? Sammelt Postkarten? Die ist schon arm genug drin. Gangversteck. Okay. Was haben wir hier? Oh, ein Gangversteck. Bankkonto. Oh! Alter Falter. Der hat hier Kohle auf ihm. Alter, hast du gesehen? 4000. Alter Falter. Die mopsen wir das Geld. Schau dir das an. Guck mal, was ich für Kohle jetzt im Portemonnaie habe. Alter Falter. Nicht schlecht, Herr Späsch. Ich habe die Gezuckenküche. Ne, so leise wollen wir nicht abschlachten. Äh, nicht abschlachten. Uuuuh. Du brauchst schon wieder... ...einen Geldautomat. Was ist los? Oh, da müssen wir mal kurz gucken. Da vorne ist ein Bankautomat. Ja, Aiden, komm, lauf. Yip yumi, Freunde. Yip yumi. Das Spiel macht so Bock. Echt, dieses ganze Gehecke und so. Das ist teilweise aber auch recht schwer, obwohl ich auf einfach spiele. Aber vielleicht stelle ich mich einfach nur hölfstäblich an. Das ist durchaus möglich. Wie viel Geld haben wir gekriegt? 2.200. Also, was die für Geld auf dem Konten haben. Ich bin hier wirklich neidisch. Also, wirklich neidisch. Oh, es tut mir leid, dass wir hier jetzt laufen müssen, weil... Irgendwie... Will der da unten im Wasserzicht treffen, oder was? Ne, da unten. Kann ich nicht einfach hier... Ja. Entschuldigung. Ich liebe die Abkürzung. Der Aiden hat auch nicht dagegen. Sammelt seltene Kunstwerke. Uh. Was? Hat einen plastischen Chirurgen was? Konsultiert. Uh. Entschuldigung, Freund, wir haben... Ich hab mir dein Geld gemopst. Gemopst hab ich deine Kohle. Und ich muss, glaub ich, hier mal an dem Bankautomat. Hahaha. Leider. Ich hab gehört, es gibt Geld für mich. Der Aiden braucht halt sein Taschengeld. Der Aiden braucht Taschengeld. Das geht nicht ohne. Ohne funktioniert nicht. Ausweg hinaus. Ich muss hier an meine Quest ran. Zumindest weiß ich ja inzwischen auch, wie ich eine gottverdammte Waffe wegstelle. Halt durch, Junge. Ja, wahrscheinlich... Das stimmt leider Gottes. Wo müssen wir denn hin? Das ist dein Ernst? Alter, jetzt. Jetzt gibt's auch den Arsch. Aus dem Weg, Kindles. Aus dem Weg. Du... Alter, wenn er meine Schwester anpasst, Alter, dann kriegt er auf dem Arsch. Aber sowas von auf dem Arsch. Ich bin der große Bruder. Ich passe hier voll auf auf meine Sista. Was geht denn ab? Ich glaub, der hat nen Schuss nicht gehört, hä? Muss hier mal nebenbei ein Auto rufen. Leute, ich brauch ein Auto. Ja! Während der Mission nicht verfügbar. Klasse! Leute, ich brauch ein Auto. So. Nicht nur das, komm. Krass. Scheiße aus. Ach, ich rast aus hier. Aus Weg, Kindles. Ich weiß, bleib Fuß. Alter, wenn er meine Schwester anpasst, Alter, dann krieg ich so'n Hals. Ich glaub auch, dass zu deinem dicken Freund hier plattmachen muss. Aus Weg, Kindles. Halt durch, Leute! Shit! Wo ist er? Alter! Ich mach den Krankenhaus, Alter. Stopp und denk. Du f*** around und sie ist tot. Das ist klar. Ich spreche dein anderes Bein noch. Pass auf. Wenn du mir hörst, würden Dinge anders sein. Sag mir, wo sie sind. Wo sie sind? Das ist nur Nicky. Das kleine Junge. Ich weiß nicht, wo er ist. Das ist was gonna happen. Das ist ein Hard Drive. Ich habe gesagt, dass es noch ein Hacker gibt. Das führt dich zu seinem Computer. Entschuldigung? Das ist ein Hard Drive. Ich werde wissen, wer hat uns gebeten. Was willst du wirklich? Das ist ein Hard Drive. Das ist eine Halle. Das ist die Harte. Das ist wichtig.